ja mit dem helikopter ist klar die führer die waren an die fabrik in übersehen das explodiert das kann explodieren oder du musst das müssen wir doch transportiert werden das wurde ausgespuckt mit dem helikopter du musst das da hinten rein ich kann mich nicht festhalten hier ja du musst das fass hierhin tun acht vorsichtig hallo ja ja so ich glaube das hält so nicht das ist übel schwer da lass los ich ziehe von hier okay das ist eine gute idee perfekt wäre es wenn es da hinten drin stehen würde ja also das sieht gut aus aber jetzt jeder vor mal hinstellen nein doch 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 pass auf es klappt gleich dann geht das in die blätter nein ach du scheiße du bist auf dem fass das muss ja das muss hinten stehen auch chrissy das muss hinten drinne stehen am besten ja man muss es auch mal hochheben ich gehe in deckung so jetzt mal gleich knallt es nein hier knallt gar nichts guck mal geh doch mal zur anderen seite stopp ja jetzt geh geh mal dahin geh mal dahin zur anderen seite geh mal da dann lasse ich das los geh schnell hin pass auf so nein obwohl warte mal wenn ich dahinter ja so nein 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 so da muss das fass doch hin oder willst du festhalten ja soll ich mitfliegen was geht das ich halte das mit fest ich halte shady fest und das fass so du schubst das raus nein 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 das ist alles okay wie fliegt man ich habe keine ahnung wie man fliegt anscheinend fliegen wir aber ja man das sieht doch gut aus oh mein gott oh mein gott das sieht sehr gut aus alter schön vorsichtig jetzt wir müssen da oben landen wir müssen da oben aufs dach das steht doch schon so gut da kann man es nicht perfekt können können wir nicht zu zweit das schön anpacken hä shady ja mach shady ist die bösche runtergerollt so ich gehe jetzt rein shady kannst du mich anheben ich kann nicht hüpfen 3 2 geil ich lasse los ich lasse los geil geil so jetzt das ist schon mal richtig gut nochmal anfassen oh nein oh nein ich habe es gekackt warte mal aber so kann ich stehen bleiben eigentlich ne ja 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 ich habe es mit einem arm warte mal warte mal warte mal so und wieso kann ich den helikopter nicht anpacken du konntest dich doch eben am helikopter festhalten oder nicht ja oder geht das nur in den gelben griffen da außen weiß ich nicht ansonsten müssen wir uns beide runter unterhängen mit dem fass in der hand chrissy ich dachte du wolltest nicht fliegen aber du wolltest doch so chrissy fliegen ja ok ich kann mich nicht festhalten ich habe jetzt nur das fass in der hand ne äh shady habe ich halte ich mich bei dir fest weißt du nicht du hältst dich am fass auf jeden fall mit fest ja aber die andere hand andere hand ist bei shady im schritt keine ahnung ja ok da ist gut gut kann los gehen immer schön vorsichtig wir müssen aufs dach hallo ich glaube da gibt es ein paar schwierigkeiten man jetzt mach du fällst ja gleich vorne raus alter ach du scheiße ja ja aber das sieht an sich gut aus ne oh shit ich flutsche raus ich flutsche raus ich muss gegenhalten ich muss gegenhalten ja mach das scheiße ja ruhig 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 nur ganz ruhig auf dem dach landen mehr muss nicht das fass können wir auch so reinziehen ruhig neben dem burger da landen scheiße nein scheiße 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 oh mein gott oh geil wir müssen da hochfliegen wir kommen da anders nicht hoch aber warte 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 ich steig schon mal aus Jatikant bist du fest da eigentlich ne ich halt das fass immer noch ich muss auch wenn geflogen wird gegenhalten sonst würde ich schon lange rausfallen ja 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 Du lenkst ab, verdammte Scheiße Ja, oh, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft Ganz vorsichtig jetzt Fass mit an, bitte Warte, jetzt, jetzt Und los Warte, warte, nochmal absetzen Ja, anpacken und dann hoch Mit L2 Komm schon, komm schon, komm schon Ja, wir haben es geschafft, geil Zwei Dollar Ich dachte, du bist in der Kiste, Alter Fast Zwei Dollar Zwei Dollar Was für eine Abzocke, Alter So, und jetzt Ja, jetzt flieg mal, Alter Lieferungen wurden in der Nähe markiert Hä, ich kann hier gar nicht einsteigen, richtig Halte ich fest An den Griff da Geht das? Weiß ich nicht Jetzt, glaube ich, oder? Ja Wo ist denn die nächste Lieferung hier? Hilfe! Scheiße, ich hab losgelassen! Ich hab losgelassen! Oh shit